Spielen hier Plans vs Zombies 2 Hitzabon Er hat Hero Und dieses Spiel habe ich von der Honey Boy gesehen und das gehen wir zusammen Let's go Nach dem Ladebildschirm Pop induce I clue Mach ich Barty oder kein Bart? Mach ich 1 Barty oder keinen Bart? Mach ich 1 Barty oder keinen Bart? ich mache ok da habe ich den cut gesetzt seht ihr und es hat erst noch 5 Minuten gedauert hallo ich hoffe das ist jetzt fertig sonst darf ich noch mal einen cut ja ja hallo viel angst wo ja 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 hallo und jetzt spielen wir eine runde und es ist schwarz ich schlacht mich nicht blank ich will drücken hallo danke die ball hallo da hinten ja habe ich so der ladebildschirm wunderschön oder nicht laden 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 okay jetzt geht's ich glaube ah hilfe es lehrt es lehrt ah 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 danke ah gott oh joh dis willen oh joh dis willen alle noch mal ich bin demütig aber ich kann beruhig der bitte helfen ich verrate ein geheimnis die zombies kommen ja Tommy spielen pflanzen spielen er hat eine verteidigung vor siehe eine pflanze auf den ragen eine meine ich nehme dich drauf kampf die kraft dieses sony beträgt einst also ein schaden diese ganze ist 1 sie wird nach ein schaden zerstört oh oh alifant bewertet es immer noch zombie zieh mich nicht tschis zombie oh nein was mache ich nur ich habe keine ahnung das ist das ist zombo helden 0 draußen er verwandelt zum bischen helden das helden von hd-funktion gerade jetzt durch sache weg geht ein einer ein held und zwar hallo das ist guter schatten sie wird helfen es war ein bisschen ja nutze zwei kraft des grünen schatten in der mittleren reihe echt mache ich mal und in einem moment lang hat die slay 3 2 1 weiterhin bibel ein um zu gewinnen mache ich der Kreuzchen Puff Puff Pins Puff 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 Nein nicht mit mir Dankeschön Und der Schaden. Ja, äh. Du, ein Dünger. Ein Dünger. Klar, hau gleich von dem Riesen raus. Und? Ein Wichtschleuder angegangen worden. Piratgang und so viel. Bei Treffer erschadet ein Matrosenwicht. 1-1 Amphibisch. In einer anderen Reihe zufälliger Reihe. Okay. Ganz easy. Wir haben gewonnen. All right. Was? Die Kabel. Hallo? Ihr hattet es win. Yeah. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Meins meins meins. Meins meins meins. Meins meins. Meins. Feuer. Gruppinator. Die Perne. Die Perne. Okay. Die Perne. Die Perne. Ja. Glückwunsch. So aus, als hättest du neue Karten bekommen. Packs zum Öffnen neue Karten kommt, scheinen wichtig zu sein. Ich verschließe dich nicht so, als würden sie ganz zwitterum drehen. Lass sie uns in dein Deck einbauen. Okay. Mach ich mal. Das Team ist dein Deck. Schnell hier deinen Teams. Auch Zombies. Jungen zusammen. Mach ich. Ich nehme dich. Dääh. 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 Perfekt. Julius bringt dein Deck zum Einsatz und halte Superbrett auf. Will es aber nicht. Ich hab da zu Ende auch, wir haben jetzt so lange zu sein, ich bin zu Ende am Spiel dann sonst. Du schadest viel Spiel mit einem Vollkraft durch Superbrett kannst du mehr benutzen. Dankeschön. Zombiespiel. Ich spiele dich bei was anderes, kann ich ja nicht. ELEECT. Wenn deine Helden getroffen wird, lädst du Superbrett auf. Für jeden Treffer werden zu fast passiert 1, 2 oder 3 Aufschnitt aufgehört. Dankeschön. Ich bin ein Treffer. Ich bin ein Treffer. Ich bin ein Treffer. Ich bin ein Treffer voll. Ich bin ein Treffer voll. Nein, halt nicht. Ich kann so nicht schließen. Autsch. Yeah, zwei. Happy Boner. Happy Boner. Oh, scheiße. Ach. Huuu. 2003, das ist mir zu viel. Äh, eine mene. Wissensomber. Wie ist leeeekt. Disch, dich. Und. HIPP-Superbrett blockt. Du hast einen Angriff an Geld und wer hat eine Superkraft gratis. Superdinger. Er ist super. Ich bin ein Spiele. Danke. Ah. Superboner. Es ist die Superboner. Nee. Jetzt sagt Papa. Nee. Ich kenne sie schon. Jeder fürchte. Ich weiß nicht, was und ein Grab schon ist. Welchen Zombie. Bombi. Ziel. 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 Weil ich so anschaue. Na klar. Nochmal. Boboff. Ah. 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 Kartorzummi. Das ist eine Scheiße. Aber auch schon runter gemacht. Hm. Ja. Ja. Zwei Karten. Mhm. 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 Ja. Naja. Oh komm. Schöne. Noch was raus. Uuh. Wieso? Wieso kam gerade die Gedanken auf, obwohl ich an der Ende denken darf? Komm schon. Darf ich hier? Ja, ich will es tatsächlich so. Zwei Karten. Äääääääääääää. natürlich so peter der geile er hat sich an den mann haben danke dankeschön Dankeschön Katten Oh, oh, oh! Katten, 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 Katten Katten, sind so wunderschön Ja? Boop-boop-boop-boop gammeln für über die karte entdecken zu dann mache ich machen gern Sieht gut aus, zurück in den Garten, mach ich, warte, ah, ist nett, wo muss ich heißen, jetzt kann ich mir anhöhe, ah, danke, okay, Zombiespielen, Pflanzen spielen, so, bei ein Hirn, ich auch gesagt, bestimmt, Trick, Entschuldigung, ich will es nicht, kannst nicht hinzu, das hat mehr so ein, du kannst, ja, ich weiß, egal, wo ich sie setze, sauber, komm, komm, Trick, alle, Tommi, er hat ein Trickauschiebebände, die Pflanzen fällig sind, und zwar ein Verursacht zweischaden, scheiße, das war wohl nichts, das war wohl nichts, so, wir sind zuerst dran, dann dürfen wir Karten spielen, damit haben wir halt den Klinger zum Trick spielen, Kampf, das Dach sieht nötig aus, hier gibt es auch, hier gibt es auch Wasser, Mensch, das Kohlkampfutter wird auf andere Größe, ich weiß, ja, Vollgrüße geworden, die zwei Karten, das hier mal schön, so, ja, Amphibisch, Kratzenschwanz ist Amphibisch, probiert es aus, wie es Wasser rein aus, ja, Amphibisch, Buff, 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 Uu, Karte kann ich auch noch, du und du genau wort in schaden mache ich jetzt menschen kinder es ist es ist ja da leckte manche mitte 3 nein denn hier wird geblockt nicht angriff super super mehr müll als müll mega müll es reicht es reicht es reicht besiegt meins 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 gott noch mehr karten hallo meins 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 nein ich will nicht auflegen forsten dankeschön ja easy peasy und die wintermelone kommt wenn du neue karten bekommst wenn du deine karten bekommst siehst du auch wie du deine technische strategie gestritte verschreiten kannst ich werde später mehr wenn du eine strategische strategie lass uns schätze erstmal in den deck packen ok debbie dave der wo komisch spricht aber ich rede nicht stein hey schau mal mehr karten joo ich wies ich wies jetzt war aber wir können noch ich nehme ein paar alte karten heraus packen wir dazu wie soll die p-shooter also ich würde ich würde ich würde ich würde die bohlen raushauen das ist an mehr karten und super cool deck ist macht ihr lieben gerne also sondern wir waren bei den hön hier haben wir das lachen zu fügen ha 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 war es das jetzt nur mit dem tutorial dann beende ich mal das Video spiel rede mit mir spiel 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 will nicht mit mir reden Angst? Angst? Okay. Willkommen. Hier gibt es nicht mehr irgendwelches Zeug. Du erst mal auf die Dinge dahinten, wenn du nichts zu tun hast. Ja, das machen wir in der nächsten Folge.